Du hast wunderschöne Aare. Ich möchte auch meine Aare pflegen, aber ich habe Angst vor chemischen Produkten. Sie schaden nicht nur uns, sondern auch die Welt. Ich habe das Richtige gefunden. Die Haarmaske Harmonie. Sie verleiht unserem Haar Stärke und Geschmeidigkeit und hatet dabei auf unsere Umwelt. Es werden nur natürliche Zutaten verwendet, alle aus unserer Region. Woraus besteht sie denn? Sie besteht aus Kaktusfeige und Maulbeeren. Und warum diese Zutaten? Wie wirken sie? Die Kaktusfeige stärkt das Haar, beugt heraus von vor und fördert das Wachstum der Aare. Und Maulbeeren vermeiden das Ergrauen der Aare. Sie ist also perfekt für Halle. Männer und Frauen jeden Alters. Auch die Verpackung ist total nachhaltig. Wirklich? Ganz genau. Ein Glasbehälter mit Aluminiumverschluss. Und hundertprozentig recycelbar. Ihr habt mich überzeugt. Harmonie. Die Kraft der Natur Siziliens. Auf deinem Aar. Schönheit in Harmonie mit der Natur.